Servus und Moin, herzlich willkommen zu Seelenproviant, dem Ermutigungsformat der Freien Evangelischen Gemeinde in Nürnberg. Du kennst sicherlich das Vaterunser, oder? Dort heißt es ja, Vaterunser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Geld komme. Nein, dein Reich komme, aber dein Geld komme, das hat neulich mal jemand gesagt beim biblischen Unterricht. Ich habe die Verse abgefragt, stutze ein wenig und habe dann aber gedacht, ganz schön geistreich, dein Geld komme. In meiner ersten Gemeinde, da standen wir finanziell etwas mit dem Rücken zur Wand, denn es war eine kleine Gemeinde in einem kleinen Ort, wo leider aus beruflichen Gründen einige weggezogen waren. Und so mussten wir als Gemeindeleitung, weil wir ja eine Freiwilligkeitskirche sind und keine Steuern beziehen, einige Maßnahmen ergreifen. Haushaltssperre, Sparbeschlüsse, wir haben die Gemeinde informiert und auch um das Gebet der Gemeinde gebeten. Und tatsächlich, Wochen später, hatte Gott unsere Gebete erhört. Wir wurden in einem Nachlass berücksichtigt und sind so aus den finanziell gröbsten Schwierigkeiten herausgekommen und hatten sogar noch Geld übrig für ein Projekt, mit dem wir in der Stadt dann Menschen für den Glauben interessieren konnten. Eine tolle Einstellung hatte diese alte Dame, einen Blick für das Reich Gottes. Sie hat einen Teil ihres Vermögens der Kirche zur Verfügung gestellt. Ich denke, in dieser Pandemie, wo viele wirtschaftliche Sorgen jetzt schon am Horizont auftauchen oder massiv konkret da sind, christliche Verlage das spüren oder auch christliche Freizeithäuser und Einrichtungen, da ist es geboten, seine Brieftasche zu öffnen. Denn ein Christ erkennt man ja auch an seinem Umgang mit der Brieftasche. Und vielleicht, und das kann ein Tipp sein für diesen Tag, schaust du einmal, welche Möglichkeiten du hast, mit deinem Geld Dinge zu unterstützen, um das Reich Gottes zu bauen oder auch ganz praktisch ein Zeichen der Mitmenschlichkeit und Ermutigung zu setzen, indem du vielleicht dem Griechen, dem du jetzt dein Geld nicht geben kannst, weil du da nicht essen gehst oder wenn du auf Klamotten verzichtest oder Kauf von Schuhen, dass du das Geld, das du jetzt nicht ausgeben kannst, vielleicht Leuten gibst, die es jetzt in dieser Situation gut gebrauchen können als Zeichen der Wertschutzung. Vaterunser im Himmel, dein Geld, nein, sein Reich komme. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!